So, hier durchs Glas, Alter. Dann machst du hier so ein Triple Ponty Ponty vielleicht? Oh, schau, Alter, bist du in Geschwister? Das ist Pferd-Wonty. Oh, oh, oh. Oh, stimmt. Aber bockt sich schon, oder? Ja, ist mega gut. Voll nett, dass du die Xbox mitgebracht hast. Gerne, Alter. Ich hab die mal am Sonntag immer so. Müsst du echt nicht, dass es so Spaß macht. Mega. Oh, ich rief die jetzt an. Oh, scheiße, ich hab' vergessen. Ja. Ja, ja, warte mal kurz. Ja. Ja. Ja, Baum, ich muss los, Alter. Ja, okay. Ja, warte mal, bis gleich, ja. Ciao. Ciao. Fuck. Ja. Äh, vergiss dein Sektglas nicht, Alter. Ach, scheiße, danke für mein Sektglas, Alter. Bis dann, hau rein. Jo, ciao. Boah, shit hat sie jetzt geschmissen, ey. Ich hab' jetzt keinen Bock runter zu rennen. Kann ich die herunterschmeißen schnell? Also herunterschmeißen? Ja. Ja. Boah, ja, komm, mach ja. Okay, gut, bis gleich. Ciao. Ja, da bist du ja endlich. Ja, ich hab die Xbox dabei. Hast du nen Becher dabei? Sag nicht, dass du keinen Becher dabei hast. Äh, nein, was für's nen Becher? Ach, verarscht, natürlich. Ha, gut. Also, als ob ich kein Becher dabei habe. Ja, stell mal hin. Verschmeißen. Gelbatz!